Willkommen zurück bei Dead Cells. Machen wir mal ein Restart. Ich hatte glaube ich noch einen Run gestartet und es gab aber einen Patch. Bin ich mal gespannt, was da so reingepatcht wurde alles. Abgesehen davon, dass das Baguette-Update jetzt für alle verfügbar ist, ey. So, mit dem Impaler anfangen und mit dem Frostblast. Frostblast an sich finde ich ganz gut. Aber der Impaler, der wäre gut zum Austauschen. Gold. Ich habe die Goldreserven freigeschalten. Ein Eisbau, den brauchen wir nicht. Die großen Goldreserven habe ich freigeschalten. Und habe jetzt immer 15.000. Hier sind die Toxic und dann Teleporter in der Nähe. Ja. Und ich habe aber beim letzten Run ein bisschen verloren. Ein paar Sachen gekauft und so. Was man eben so macht in der Zeit. Und deswegen hatte ich hier am Anfang weniger. Ey. Das ist ein Geheimnis. Ich habe es genau gesehen. Ey. Das ist ein Geheimnis. So war aber nicht. Den hätte ich verkaufen können, aber egal. Nochmal muss der jetzt nicht rüber. Ein Nutcracker. Nö. Ich mag den nicht. Der ist mir zu langsam. Ich mag die Schnellangriffe. Bogen kann funktionieren. Muss aber nicht funktionieren. Wo ist der zweite Scroll hier? Es gibt doch immer zwei hier. Ein besserer Impaler. Uh. Ein Oldsword. 143. 171. Kann man immer noch nicht verkaufen. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die Schwerter einfach mehr. Geht es noch nach rechts. Da ist der zweite Scroll. Muss man kaufen. Machen wir erstmal mehr Leben rein. So. Toxic Sears oder Promenade. Ich würde... erstmal in die Kiste holen. Ich habe noch gar keine Skills aufgehoben. Ein Schild. Nö. Ich würde ein Schild sogar mittragen, wenn es, äh... genommenen Schaden reduziert. Gehen wir wieder über die Toxic Source. So viele Scrolls wie möglich sammeln. Damit es vielleicht doch noch zu einem Win kommt, endlich mal. So, hier sieht man es auch. Ich habe oben alles freigeschalten. Von den teuren Sachen. Und als nächstes arbeite ich an den Mutations. Wir nehmen... Wir nehmen... Was nehmen wir denn? Mehr Leben wäre schon cool. Irgendwie mag ich... Melee... Mitten rein... Rennen und... Berserker mäßig einfach durchheizen. Das wird hier wahrscheinlich nicht so oft vorkommen. So langsam... Eine Minute, ja. Das Limits sind, glaube ich, zwei Minuten. Ey. Die Frage ist auch, was Near You heißt in dem Fall. Ob das auch nach oben skaliert. Wo soll es denn hin gehen? Hier bleiben. Ich könnte den Frostblast mal benutzen. Wo sind die ganzen Scrolls... Was zur Hölle? Wo sind die ganzen Scrolls? Oh, ein Rapier. Den würde ich sogar nehmen. Ich habe so eine Angewohnheit, und zwar immer hinter die Gegner zu rollen. Hier sind die ganzen Scrolls. Ja, der hatte auch so eine kleine Pause dazwischen, das ist nicht so cool. So, ich wollte da drüben noch nach oben. Okay, da war also nichts mehr, hat sich echt gelohnt. Da hat sich im Update nicht viel geändert. Nein. Ah, da ist ein Scroll. Na endlich. Ich bin immer noch ein großer Fan von Brutality, wie man sicher deutlich sehen kann. Ich habe auch einen Skillrun mal probiert, off-camera. Oh, ein Crusher. Skaliert mit Grün mit. Grün und Lila. Oder Grün oder Lila ist es, glaube ich. Erstmal nicht. Sind wir skilllos oder in dem Fall nehmen wir zumindest die Granate mit. Das ist, glaube ich, nicht so der Oberhammer, das Ding, aber müsste erstmal passen. Ich habe auch einen Skillrun off-camera mal versucht, hat auch ganz gut funktioniert. Aber ich habe es auch nicht bis zum Boss geschafft. Eh. Ramparts. Da war ich eine Weile nicht mehr. So, ein weiteres Kill? Ja, dann auch mal eine Granate. So, packen wir aber so rum. Erstmal. Alles erkundet? Nein, haben wir nicht. Geht's noch weiter runter? Oh. Ich bin hier aus Versehen auf den Rollen-Button gekommen. So, was sagt denn die Karte? Da unten ist noch ein Eck. Ich weiß nicht, wie viele Scrolls hier normalerweise gibt. So viele Übungen habe ich noch nicht. Da muss es irgendwo noch einen Weg hin. Ah, hier geht's nach unten. Denn die Rune habe ich jetzt auch endlich freigeschalten. Die Spartan Sandals? Nö. Die ausprobiert, die sagen mir gar nicht zu. Cooldown für Granaten ist glaube ich gar nicht schlecht. In der aktuellen Situation. Dann geht's zu den Ancient Souls. Da wollen wir erstmal nicht hin. So, hier unten geht's noch weiter. Ups, falsch rum. Nein. Man hat ein Schwert fallen lassen. Mehr Schaden auf ein eingefrorenes Ziel. Dann macht der Frostblast jetzt auch einen Sinn. Zurück zum Teleporter. Da geht's auch noch weiter. Ich bin auf jeden Fall noch viel am erkunden. Eine Eisgranate. Ui. Würde ich nehmen statt der Infanteriegranate. Das habe ich heute irgendwie überhaupt nicht drauf. So. Da schaue ich jetzt nicht mehr ins Eck. Ramparts war ich lange nicht mehr. Also gehen wir zu den Ramparts. Allerdings. So rum. 33. Das ist nicht schlecht. Ich würde mir das mal freischalten. Weil ich gerade so viele Zellen übrig habe. Definitiv. Ey. So. Cooldown für Granaten. Nochmal heilen. Die Ramparts führen dann glaube ich zum Timekeeper. Oder wie der heißt. In den Clock Tower. Also wir kommen nicht zum Watcher. Und auch nicht zum. Incomplete. Unfinished One. Oder wie auch immer der jetzt heißt. Japp. Gute Entscheidung. Sorry. Auf weg. Funktioniert natürlich auch nur bei Zielen, die... Einen Rücken haben. Braust gar nicht chargen. Ey. Ey. Bitte rollen sie auf der andere Seite. Oh. Bloodthirsty Shield. Ey. Was ist in der Kiste? Wieder Rappier. 100% Damage taken. Nope. Das habe ich nicht zu viel aufgesammelt, oder? Nein. Ich... Bei maximaler Gesund... Oh. Bei maximaler Gesundheit bin. Ursacht er noch mehr Schaden. Ich gehe wieder raus. Ja. Ach. Das hat echt den Teleporter nicht freigeschalten. Gerade. Ich gehe wieder raus. So mag ich das. Nein. Ich habe es auch auf Kamera mal versucht. Da scheitere ich immer kläglich. Deswegen definitiv nicht. Ah. Die Time Door ist hier. Na. Da bin ich natürlich vier Minuten zu spät. Irgendwann mache ich da auch mal einen Speed Run draus. So ein bisschen. Why? Ey. 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 Ich glaube die Vögel haben zum Beispiel keine Rückseite, da ist das Backstabbing dann nicht so einfach. Wow. Dafür haben wir ja Granaten. Hey! Jetzt habe ich gerade Framedrops gegen dem Geforce Treiber, da kam gerade ein Pop-up. Warum zur Hölle? Ah, jetzt. Er meldete sich jetzt damit. Nachdem ich schon vorher Slade Spire aufgenommen habe, ist ja nicht so, als hätte der Treiber da schon Zeit gehabt. Aufhören. Gibt es noch runter? Ah, nö. Aufhören. Aufhören. Eine bessere Ice Grenade. Gehen wir da mit. Oh Gott. In den Ossuaries war ich glaube ich auch schon eine Weile nicht mehr. So Dach. Ähle nicht auf die Senkel, mein Freund. Wow. Ging es da noch... Nein. Ging nicht mehr nach rechts. Ging nicht mehr nach rechts. Oh. Oh. Ich habe auch immer noch die Angewohnheit, dass ich so ziemlich jeden Gegner einfach töten will. Und ein Scroll. Nehmen wir nochmal Brutality. Nehmen wir mal ein bisschen Grün mit. Oh. Da ist ja noch ein Scroll. Den hätte ich gar nicht gesehen. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen Grün mit. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen Grün mit. Ey. Stop the shit. Das war jetzt vielleicht unnötiger Schaden, aber okay. Oh. Oh. Don't worry. Be happy. Oh. Genau die Kante verpasst. Nochmal Grün. Irgendwann später nehme ich vielleicht auch einmal Lila mit. Einfach nur wegen der Lebenspunkte. Oh. Da kann man gar nicht runterfallen. Okay. Da oben gibt es bestimmt ein Secret. Au. Versuchen wir es nochmal. Und okay. Man wird gestunt, also kann man dann hier einfach durchrennen. Aber da fällt mir gerade ein. Das geht doch zur Black Bridge. Das geht doch zur Black Bridge. Aber mir fällt gerade noch was ein. Ich könnte doch einfach versuchen. Okay. Da ist kein Secret. Mein Fehler hätte sein können. Ich meine, wozu haben wir denn den Wall Run Schrägstrich Wall Jump. Hätte er auch sein können. So. Ah, wir haben ja noch ein Blueprint gehabt. So. Das ist einfach fies. Der Heavy Crossbow. Hm. Geht alles mit auf grün. Das ist gut. Machen wir einfach die Mutations mal weiter. So. Das gilt leider nicht für Frozen. Dann nehmen wir Dead Inside. Der Klassiker. Und das geht doch zur Black Bridge. Ich dachte wir kommen zum Clock Tower. Aber das geht wahrscheinlich über die Ossuary dann. ... Der Concierge war das. Der Concierge des Verbrechens. Excuse me. Wir müssen einfach nur immer rollen. Dann können wir die Backstabbing Crits landen. Ey! Ey! Oh! Oh! Ejejej! Wir hätten immer noch gewontabt werden können. Oh! Eine Granate! Oh! Der goldene Granate! Minus 30% Damage received. Ich wäre bescheuert, wenn ich die nicht mitnehme. Wir nehmen die auch noch mit. Dann können wir sie anzünden oder einfrieren, das ist völlig egal. Heilige! Wenn wir jetzt noch ein cooles Amulett kriegen. Zwölf Stück. Wählen noch 15. So, und wir können theoretisch zum... Ja, wir nehmen das Village. Slumbering ist ein bisschen anstrengend. Und da ich jetzt zwei Tage Pause hatte. Vielleicht sogar drei. Will ich es nicht gleich so übertreiben. Meine goldene Granate habe ich noch nicht gehabt. Wir brauchen mehr Scrolls. Dafür bin ich zu langsam, ja. Spawnen wir definitiv mehr Scrolls. Weil die Gegner sind definitiv... Ey. Eisshot. Oh mein Gott, das stirbt. Ah! Ja. Da oben ist eine Elite. Ich glaube, wenn wir das mixen. Nein. Wenn wir das mixen. Immer erst einmal mit dem Eis-Shard Oh, Baby Da machen sich die Damage Received bemerkbar Kriege ich zufällig? Ja, das hat sich zu eben erledigt Auch wenn er golden ist 100% Damage taken Das geht nicht Das kann uns ziemlich schnelles Leben kosten 100% Damage To Burning Target Nö Ich mag die Eis-Feuer-Kombo gerade irgendwie Die Feuer-Eis-Kombo ist mir lieber Die Feuer-Eis-Kombo ist mir lieber Mehr Scrolls Habe ich ja alles erkundet Oh Habe ich definitiv nichts Mehr Rot Jetzt haben wir alles erkundet Scroll liegen lassen geht nicht Den packen wir in Mehr Leben Das ist noch ein Scroll Den packen wir in Rot Jetzt sind wir schon bei 10 Das ist ein Schatz drohe Weg Okay, das ist ein Shop Nö, viel zu teuer Haha, daneben Kommen Sie rein Na, da haben wir jetzt eine Truhe, oder? Ey Wo ist die Truhe? Bin ich blind? Ah Ich bin blind Ah, ist keine Truhe Besser Rapier Oder ein Crusher Das recyceln wir einfach Daneben Da ist noch ein Shop Ein Frantic Sword Wenn man weniger Leben hat Es macht mehr DPS, also Macht schon Sinn, das mitzunehmen Probieren wir es mal Hier oben Hier oben war doch noch so ein Kanonier-Bob Hier oben war doch noch so ein Kanonier-Bob Aber Aber Macht Spaß Ey Sack Ey Da macht es auf jeden Fall schon bemerkbar Weniger Schaden zu nehmen Ich will nicht wissen, wie viel das Einkassiert hätte Und noch ein Scroll So Packen wir den auch Ja, komm Falls es gerade so gut läuft Ah, wenn du das ist, dann Da ist auch ne Tür. Da geht's in den Clock Tower. Gucken wir mal. Wo uns das hinführt. In die Osseary wahrscheinlich. Ach, ich Depp. Hm, ja, hat's geerledigt. Ohne Schlüssel wird das nichts. So bleibt wieder nur der Clock Tower. Irgendwann habe ich das hoffentlich mal im Kopf. Dass das einfach nur dämlich ist. Aber ich mag den Clock Tower. So ein bisschen. So, noch was zu freischalten. Ja, what doesn't kill me. Ich glaube, es ist völlig egal, was ich da freischalte. Ich werde wahrscheinlich sowieso immer die gleichen Mutations nehmen. Kann ich da irgendwas mitnehmen? Nein. Haha. Ah, das ist einfach nur eine Abkürzung, okay. Aloha. Blöder Affe. Nope. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein am Anfang. Na komm schon. Ohne die Scrolls aus dem Floor könnte es wehtun. Oh. Oh. So. 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 Dann hätten wir den Clockmaker Key. So. 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 auch mal komplett erkunden. Die holen immer zum schweren Schlag aus. Das versuche ich. Noch weniger Schaden nehmen. Der Frostblast ist jetzt nicht mehr so wichtig. Allöchenchen. Geh mir die auf den Sack hier. Ja, man merkt da schon einen Unterschied. Und nein, gilt auch für dich. Holen wir mal den Kebab oder was das ist. Hier unten war der Teleporter. Die Frage ist, ging es hier nach rechts oder links? Wahrscheinlich nicht, es ist dunkelblau. Ne, aber hier geht es noch weiter nach oben. Belltower Key. Mal gucken, ob wir den irgendwo auftreiben. Mal gucken. Mal gucken. Ja, ok. Jetzt auch nochmal weiter. da geht es hier nur wieder oh, eins war mehr Leben ein Scroll nein das macht extrem viel aus dass kein Damage mehr reinkommt oder so gut wie keiner das Leder fällt raus so da ist noch ein Scroll dann holen wir den doch mal ich mag diesen Floor weil er so lang ist na, nur noch ein für Brutality und nochmal minus 20% wir haben immer noch die Prisoners minus 35% Damage received dann ist auf das Schild einfach nur geschissen was haben wir jetzt so wir haben hier minus 35% minus 10, minus 30 und minus 20 holy moly das musste ich doch oh ja das macht sich direkt bemerkbar ach du Kacke das ist ja Irrsinn ja die Granate das macht gar nichts mehr das ist ja irre absolut irre so Clockmakers Key habe ich aber wo finde ich denn den Schlüssel für den Blueprint ich sehe nichts was nicht erkundet wäre eine Rune ist auch nicht mehr sichtbar das ist irgendwie gemein schade aber nicht so ultra wild dann schauen wir mal so 40 Cells da können wir einfach instat was freischalten oder an den Mutations einfach weitermachen zack je schneller das freigeschalten ist desto besser nö die finde ich gut jetzt haben wir zwei goldene Ausrüstungsgegenstände und auch was kann ich gegen sie tun der Timekeeper und auch aus 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 Oh, eine Ammo. Ohne einen einzigen Heal, äh, ja. Das ist das erste Mal, ich weiß nicht ob es am Patch liegt, ohhh, holy moly, aber den kann ich nicht nehmen, weil 100% Damage inflicted und 100% Damage taken, deswegen, der wird verkloppt. Tainted Flask, Tainted Flask, was zur Hölle ist Tainted Flask, das könnte so eine Strength Potion sein oder so, oder vielleicht auch eine Mutation, wer weiß. Eine Mutation, using a health potion adds, holy shit, 1606 DPS für 12 Sekunden, das ist krank. So, mal gucken ob wir überhaupt gerüstet sind fürs Castle, also der Timekeeper war grad easy, klingt irgendwie komisch, aber der war irgendwie nicht schwer. ist auf jeden Fall schon ein sehr langer Run, es wird auch ein langes Video. Ich will ungern. Hallöchen. Ey, ey. Ich glaub euch hackts. So, das gibt mehr Leben, dann immer Purple. Oh, der Soundtrack. Oh, der Soundtrack. Geh mir auf, Senkel. Das ist so krass, wie das überhaupt nicht weh tut, wenn die einen treffen, oder so gut geht's ja gar nicht. Oh, die war knapp bemessen, aber immer noch getroffen. Uh, Twin Deggers. Äh. Äh. Ja, doch. Sonst muss ich immer unter 50% Leben kommen, um Crits zu landen. Das ist auch nervig. Außerdem. Slowed down. Kriegen wir über den Boden hin. Ne, auf den Sack hier. Das funktioniert doch schon ganz gut. Fangen wir mit Grün an. Im Ernst? Haha. Entschuldigung. Ah. Entschuldigung. Das ist echt schwer, aus dem Tornado wieder rauszukommen. Elite? Let's go. Party time. Nicht von hinten angreifen. Was zur Hölle ist das Meta eigentlich über meinem Lebensbalken? Das sehe ich jetzt gerade erst. Hohohoho. Nochmal was Goldenes. Throwing Knives. Nein. 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 Das war ein Fehler. Nein. Das. Das war's. Puh, läuft doch ganz gut so weit. Ist das vielleicht das Damage Received Meta? Das gelbe? Ich suche immer noch nach Scrolls. Entschuldigung. Da muss ich jetzt auslösen, weil sie echt mal heilen. Nö. 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 Sind alle nicht cool. Ach, hier waren wir schon. Dann nach unten. Eine Eisbombe. Minus 20% Damage Received. Wer damit? Ah, jetzt ist das Meter über meinem Karte wieder weg. So, in der roten Tür war ich noch nicht drin. Bei der grünen Tür bin ich nicht nach links gegangen. Warte, die führt doch nach da oben. Nein, tut sie nicht. Okay. Deswegen räume ich die Gegner gerne weg. Dann kann ich hier gemütlich durchlaufen. Nein. Oh Gott. Aber mir ist gerade eingefallen, die Upgrades sind glaube ich wertvoller. Ich kann sowieso nur 15.000 Gold behalten. Oh. Ein Cleaver. Das war ja den Weg schon gar nicht wert fast. Endlich ein Scroll. Mehr Leben. Dank. Noch ein Scroll. Du wartest jetzt. Das war ja klar, dass ich da nämlicherweise... Oh. Genau. Reinfalle. Aber es hat nichts ausgemacht. Oh, wir haben 8.800 Leben sehe ich gerade. Das ist natürlich auch nicht ohne. Was habt ihr? Ne. Äh. Nö. Äh. Einfach nö. Da ist nichts dabei. So. Rote Tür. Wird mal Zeit. Wir haben erst einen Schlüssel. Oh. Mein Fehler. Kann nicht schaden. Oh. Man muss sie nur vorher einfrieren. Dann klappt das auch. Skit up. Excuse me. Moment. Schauen wir doch hier einfach noch runter. Ist hier jemand? Wahnsinn. Also das hat sich gelohnt da runter zu schauen. Da war niemand. Weiße Tür. Ähm. So. Wo waren wir denn noch nicht? Vor allem wo ist der nächste Teleporter hier? Ja. Rote Tür erledigt. Dann bleibt nur hier nach oben und eventuell nach links. Was? Hallöchen. Äh. Ja. Ein leerer Raum für nichts. Ja. Damit die alle rot angestrichen werden. So. Dann bleibt hier nur noch nach links. Das war einfach dämlich aber okay. Das macht Spaß. Oh nein. Oh nein. Und der ist halt. Oh. Ein Türchen? Nein. Einfach nein. So. Hier unten scheint es noch halt. Hier unten scheint es noch, halt. Das ist ein Türchen. Nein. Da drüben ist noch irgendwas. Ah, ein Shop. Den war ich schon drin. Dann blaue Tür. Dürfte dann der Boss sein, oder? Beziehungsweise der letzte Elite vielleicht. Äh. Nein. Ich weiß nicht, wie der jetzt Feuer gefangen hat, auf dem ich ihn eingefroren habe. Shit. Ich wollte mir gar keine Sorgen machen. Ah, wir müssten uns jetzt langsam mal dem Ende nähern. Hey. Okay, die war es also auch nicht. Wo ist denn der nächste Teleporter? Blaue Tür? Ah, da oben. Das habe ich jetzt verkackt. Das zu sehen hier hoch. Geht es ja noch weiter. Eins, zwei, drei. Nein. Verkaufen. 1606 DPS per Default. Aber Crits sind da nicht so gut machbar. What in the world? Wie zum Teufel. Ja. Ja, okay. Der Wall Run ist nicht drin. Wenn man Schaden genommen hat. Ah, so. 64. Können wir eine auf jeden Fall freischalten. So, da brauche ich alles nichts mehr. Ein Schluck Kaffee. Der Throne Room. Ah, das ist glaube ich der... Wer ist denn dieser Vogel? Zudem habe ich es noch nicht geschafft. Deswegen Assignment. Bend the knee. I think not. Wer sind sie? The Hand of the King. Oh. Oh. Ach. Biss. Geiss. Ey. Stop this shit. Blödmann. Blödmann. Oh. Ey. Ja, das fand ich gut. Ah. Jetzt flirr halt nochmal ein. Nein, 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 nein. Nichts anlocken. Ey. Jetzt hör halt auf. Ich will mich heilen. Ja, besser als gar nicht heilen. Oh. Ah. Oh. Äh, ja. Der friert halt auch so gut wie gar nicht ein, der Kollege hier. Der friert halt auch so gut. Immer wieder. Komm schon, yes Let's go First try The last rampart fails Falls, sorry Absorb Heilige First try, direkt den Dicken da umgeballert Da war ich jetzt hochkonzentriert So, keine Cells Nur ein Blueprint, ein dämlicher Ab zum Pier So, dem geben wir den Blueprint Symmetrical Lens, rot und grün Die könnte geil sein Oh, zum Pier 52 Minuten Run 14,5,10 Als Stats, nicht schlecht Kann man das... Ja, okay Und das war's für den Run Oh Ich hoffe euch hat's gefallen Mir hat's auf jeden Fall gefallen Ich versuche jetzt natürlich ein bisschen Routine rein zu kriegen Um auch mal schneller zu werden Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wenn's euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da Gerne auch ein Like oder umgekehrt, wie ihr wollt Ich hoffe, wir sehen uns wieder Macht's gut, ciao Bis zum nächsten Mal